Hallo liebe Forest-Freunde, hier ist wieder Johnny Do und Didi, Faye Do. Hallo Faye! Juhu! Du siehst aus wie ein kleiner Drogenschmuck, glaube ich. Du siehst aus, wieso, weiß ich nicht. Wie sehe ich denn aus? Bin ich denn auch ein Drogenschmuck, ne? Ja, wir haben den Server mal wieder zugemacht. Warum haben wir den Server zugemacht? Tja, warum? Uns wurde hier alles kaputt gemacht. Tut mir leid für die Leute, die geholfen haben und ein bisschen was Produktives hier machen wollten. Ja, wir haben hier angefangen ein echt super Baumhaus zu bauen, haben echt einige mitgebaut. Wir hatten acht Leute hier drauf, ne? Und drei Leute, die leider eben rumgesprengt haben und alles abgerissen haben. Oh, durch, 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 durch. Entschuldigung. Ja, wollen wir das Baumhaus jetzt hier drinnen bauen? Ähm, außen wäre es schon besser eigentlich, wenn wir das jetzt so sehen. Ey, jetzt ist der Lösch schon wieder... Ey, ich, ich, ich fass es nicht mehr laut. Also hier meinst du jetzt, es ist blöde? Hier? Also draußen war es schon nicht schlecht eigentlich. Es war schon eine geile Option, weil, ähm, so könnten wir rein theoretisch, ähm... Also lieber draußen und... Ja, weil wenn die von draußen angreifen und wir sitzen da oben, können wir die mit Feuer fallen. Ja gut, wir wären ja dann auch drin gewesen. So, okay, dann baue ich das jetzt hier. Ich kann schon wieder nichts essen, das ist sehr geil und ich kann nichts aufhängen, das ist... Ich liebe diesen Bug. Ach ne, ist ja kein Bug, das ist bestimmt... Das ist kein Bug, das ist, äh... 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 So gewollt. Ja, ein Durch habe ich jetzt. Was ich ein bisschen schade finde, ich habe vorhin so viele... Fehlern gesammelt habe, gehabt. Ich hatte so viel Durchhaut, ähm, ein Durchhung gerade durch. Ja, leider eben alles weg, weil wir haben einfach den Server nachher dann, äh, äh, neu gestartet, weil... Oh, hups, hab ich mich erschreckt, äh! Ist mir da ein Vogel gerade reingeflogen oder so in meinen Baum, äh. Hey, wir mussten ja alles, alles, äh... Was ist denn für ein Bug, meine Durchhungsspiegel schon gemacht? Ja. Ja, ich bin ja eh mal gespannt, äh... Also ich fand es sich sehr, sehr schade eigentlich. Das fing eigentlich ganz lustig an, bis auf einer, okay. Ja, der einen direkt die ganze Zeit angegriffen hat und, äh, runtergekloppt hat. Aber gut, da haben wir ja gar kein Problem, da machen wir es ja ganz einfach. Dann, äh, ne, machen wir einfach den Server jetzt neu gestartet. Alte Speicherstand, Gott sei Dank hatten wir den ja noch, weil ich hab ja extra nicht gespeichert gehabt. Und ja, das ist dann einfach so... Was? Ja, ich hab ihn Lurch und der ist voll im Baum gewesen. Ey, ich hab voll die vielen Lurche hier. Das ist so geil. Bist du ein Lurch-Cheater? Du cheatest doch. Heimlich Lurche. Nein! Ey, ich hab schon... Oh, schade, das Lurchfleisch kann mich leider nicht mehr aufheben. Weil ich kann ja leider nichts wegheben. Was? Come on, Lurch! Ach, Lurch! Ja, das war natürlich sehr schade, weil eigentlich hat man ja die Idee, die ganze Zeit den Server jetzt offen zu halten, wenn man aufnehmen und let's play's machen. Ja, auf dem Fall werden wir es vielleicht noch mal machen, das ein oder andere Mal, aber nicht mehr mit so vielen Usern. Ich fand, es war... War echt schade eigentlich, ne? Eigentlich sehr schade, weil mit der Höhle hat es sehr viel Fun gemacht. Ja, die waren auch echt sehr hilfsbereite und nette Menschen dabei, ne? Ähm, okay, ich habe Hunger und ich kann nichts essen, das ist wieder sehr geil. Ähm... Geh mal einmal ins Inventar und... Lurch, 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 Lurch! Scheiße, Lurch! Oder leg was auf die Feuerstelle. Wenn du Lurch hast, kannst du was auf die Feuerstelle legen. Hallo, Lurch! Ja, aber gut, so Neider gibt es leider immer wieder, ne? Ja, wir haben nämlich so viel aufgebaut, mit so viel Liebe. Ja. Also... Echt... Gott sei Dank... Ich habe Angst, ins Inventar zu gehen, weil das letzte Mal hat mich jemand angegriffen. Ich kann leider keine Löches auflegen, aber ich kann es ja am Feuer machen. Dann geht das gleich wieder bei dir. Naja, das geht nachher wieder. Ähm... Dann schmeißen wir jetzt mal... Ich habe ja noch einen Lurchi. Im Inventar. Aber mir ist aufgefallen, die Lurchs, die sind schneller um. Also, die, ähm... Die werden ganz schnell, äh... Schlecht. Ja, nicht ganz schlecht, aber sind zwar noch essbar, aber nicht mehr fresh. Alter, das geht... Alter, das geht... Ach, noch ein Lü. Ich habe jetzt gedacht, das sind jetzt hier schon wieder reingekommen. Also... Ja, ich fand es jetzt leider sehr schade, dass es echt so doof gelaufen ist. Ja. Tu mal nix dran. Es gibt es immer so, äh... Spielverderber und leider. Es ist nur einfach doof, weil, ähm... Ich denke, äh... Ich möchte essen. Ich habe, äh, gestern, war das gestern oder heute, äh... Auch einen YouTuber verfolgt, beziehungsweise einen auf Twitter. Der wurde ganz Zeit gehaledet für seine YouTube-Videos, weil sie eben halt... Seiner Meinung nach nicht so, äh... Ja... Super wären oder sonstiges. Äh... Ich finde... Ich weiß nicht, also entweder... Ich mach auch keine super Videos, also davon ab. Es macht mir aber Spaß und das finde ich, das ist die Hauptsache. Wir machen das aus Spaß. Also, bei uns ist es ja kein, äh... Bei uns ist es reiner Spaß. Ach, ich bin schon wieder außer... außer Atem. Ich finde es einfach nur schade. Ich finde es echt sehr, ähm... Ich muss mich mal leider eben... Ich muss dich mal eben alleine lassen und nichts mit mir ansetzen. Ja, ja. Wenn ich tot bin, sei ich bescheuert. Komm aber bitte, bevor ich gefressen werde. Ja, gut. Ich versuche es einzurichten. Alter. Ui, ich hab ein Reh gekillt. Ja, dann Rehaut, ne? Aber ich kann das Reh nicht mehr mitnehmen. Ah, doch. Ja, das ist mir voll vor die Axt gelatscht, ja. Alter. Hm? Was denn? Ich hab Angst. Irgendwie... Ach. Stell den hier an. Ja, er ist so... Oh Scheiße, das ist ein Ureinwohner. Oh, zwei. Alter, Alter. Oh! Bei mir auch. Ja. Ich muss mal eben L drücken. So, jetzt muss man nicht rein. So, und... Oh, die kommen beide auf mich zu und ich will hier gerade den Einarm killen. Ich bin gerade den Einarm killen. Vom Rein nicht vom Rein, weil das sind zwei Stück. Naja, hier ist einer drin. Aber den hab ich schon. So, einer ist Flachblatt. So, einer ist Flachblatt. Die... Kannst du mir mal helfen? Ja, warte, wenn ich den eingekillt hab, dann helb ich dir gerne. Oh, ich muss da auch nochmal reparieren. Der eine ist flammiert. Verreckst du jetzt mal? Der eine ist verreckt, der andere ist... Ich weiß nicht, wo der ist. Ich bin auf Himmel. Seh den nicht mehr. Dann war das vielleicht der, den ich hier... Nee, nee, der war hier draußen. Achso. Wer dann? Oh, der ist mit verreckt. Der liegt hier. Naja, zwei. Nö, einer. Nee, hier liegen zwei. Hier, wo ich stehe, ist auch einer. Ja, hier ist ein Snack noch. Wo ist noch einer? Hier lag noch einer. Hier hinten irgendwo. Hast du den Snack hier eingesammelt? Den sehe ich nicht. Achso. Alter. Aber sonst ist jetzt keiner mehr da, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich geh jetzt mal meine Loks einsammeln. Wo sind die denn? Ähm, oder habe ich den Baum noch nicht fertig? Hier ist einer. Ja. Ja, genau. Hier, da hinten. Ich habe extra, wenn ich nichts kaputt mache. Aber wir werden den Zauber natürlich nochmal ausmachen. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also es war schon lustig. Es war jetzt auch sehr schade. Es haben auch einige geholfen. Ähm. Es gibt uns auch wirklich leid, aber, ähm, no go. Weil sich nicht benehmen kann. Genau. Es war jetzt echt sehr assig, dass hier einiges kaputt gemacht worden ist. Und, äh, es muss nicht. Es schreckt mich ja nicht so blöder Waschbär, oder? Blöder. Blöder Hund. Es tut uns auch leid für die Leute, die hier vernünftig versucht haben zu spielen. Ja. Ganz ehrlich, aber... Na, das ist dann leider, leider, leider... No go. Oh nein, 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 der fang in die eine Richtung. Boah. Boah, die springen manchmal. Ja, das war meiner auch. Achso, deiner war auch noch mit. Äh, ja. Nur, der, der begangen in die, in die falsche Richtung zu fliegen. Und dann, äh... Musst du einmal gegen jumpen. Ja, ja, hab ich ja gemacht. Ja, ja, hab ich ja gemacht. Ja, manchmal klappt's manchmal nicht. Ja, warum bauen wir denn hier ein Baumhaus? Ja, ganz einfach, ne? Weil, äh, wir noch saver werden wollen. Ja, und du hast Feuerpfeile und ich zwar jetzt nicht, aber... Passt schon. Ähm, und die sind hier keine Locks nur. Also, ich hab jetzt keine mehr gesehen. Ich hab aber gesehen... Ich hab aber gesehen... Aber es wird grad dunkel und ich habe keinen Bock im Dunkeln zu arbeiten. Weil wir sind ja sofort fällig, ja? Ja, den hab ich ja eh schon angeschlagen, den Baum. Hab ich noch vorhin nicht mehr wiedergefunden. Boah!! Ich mach den hier. ich hab noch nicht mehr viel ausdauer also also muss mir jetzt den arsch retten weil ich kann echt nicht rennen und will ich jetzt auch nicht alleine lassen jetzt ungefähr ich habe keine ja sauber fettig war und dann denk dran mit weh hoch also jetzt auch nachdem ich da über die ich bin da jetzt ja geil geil zwar jetzt nicht groß oder so aber man kann speichern so schon cool man hätte ja auch eine plattform machen können selber da ist auf jeden fall hat es was also definitiv haben wir aber ein bisschen ausblick von hier oben wir müssen vielleicht noch ein paar plattformen bauen aber ich glaube sollten jetzt mal rein gehen weil da hinten leuchtet glaube ich was und wenn es leuchtet ist nicht wirklich das meinst du es ist winter es ist runter ach so ja ich muss mal was essen ich wollte ich wollte ich bin ja ehrlich eigentlich wollte ich ja oben noch eine bank gebaut haben aber ich muss ehrlich sagen ich habe irgendwie ein bisschen schiss da oben eine bank zu bauen ob wir dann durchfallen ich glaube das bringt auch nichts ich kann wieder essen ist das gleich ich hab ja auch noch fleisch wo sich aufbäschen kann das sieht zwar wieder gefeuert aus wir könnten wir könnten wir hier eigentlich noch soll ich hier noch ein ja doch ich mache hier noch so ein medis kann man ja eigentlich nicht zu wenig haben vor allem wenn ich immer sterben hast du recht ich habe es nicht gesagt ich muss raus ich muss was trinken ich nehme jetzt einfach eine kohle ich habe jetzt kein bekostet das andere baumhaus dieses krihaus hätte weniger noch zu machen wir haben jetzt das alpin ja es ist ein bisschen größer und wir haben dann natürlich ein bisschen mehr sicht ist natürlich etwas vorteilhafter ähm 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 die ganze Zeit in Medizinschrank äh ups werde jetzt mal raus nach der Brücke mal gucken ob hier was los ist na ich brauche nochmal äh wie viele Loks brauche ich hier nochmal? ich brauche dann nochmal 6 Loks ich brauche jetzt weiter einmal aber wie man schläft habe ich nicht immer noch raus geht das wo auch neben dem in den in den in den den in den den ich finde unser unser baumhaus so macht sich also hier war irgendwas weil ich muss reparieren weine nicht wenn der regen fällt ach so jetzt habe ich jetzt haben wir hier noch ein häuschen wie du hast was ich ja nichts also was kommt zurück kommt zurück ich sehe es jetzt gerade muss man eben auch jetzt außer ausgerechnet jetzt aus der puste ja ich habe ein großes problem ich kann noch nicht kurz setzen dann brauchen euch auch leider eine verschnaufpause ich würde gerne mal drauf kommen weil ich muss mal eben meine axt ein bisschen nein ich habe meinen ton ja ein bisschen leiser als etwas leiser ja was du hast du gerade den stein irgendwo gegen oder ich wollte jetzt eigentlich noch mal in den lobs gehen ich glaube wir sollten das nicht was klären da kommt ein landenfeld landenfeld kommt die feuerstellen anziehen also da hinten kommt ein feuerfisch ich finde ich hab was leuchten gesehen irgendwie ist der jetzt weg ich denke mal wir sollten bei taft da können wir besser gucken wenn wir jetzt noch schlagen das war ganz cool wo wir mit mehreren waren aber wenn wir jetzt noch schlagen dann ziehen wir die auch an noch mal noch mal also passt oder geht es da haben wir eine bessere sicht das aber kommen sie halt auch nicht so achte ja da hinten sich läuft da hinten jetzt hier unten gucken gucken ja ich sehe da hinten die lampe von ihm habe ich mich erschreckt hallo mami hier hinten ist auch irgendwie das ist bami aber was bringt wenn ich mich anpöke ich muss auch irgendwie also ganz weit hinten aber da kommen die kommen nicht sie den ein er läuft genau natürlich ich habe gerade unsere loks wieder gefunden und er läuft natürlich das volle möhre ganz halt durch um ja ich denke mal es macht keinen sinn wenn wir jetzt hier zu viel krach machen du hast mich gehört ich habe dich gehört in welche richtung muss ich denn unser haus aber in diesem richtung an ich bin noch ein bisschen falsch gelaufen das ist gut dass wir auch nichts sehen von hier drin deswegen wollte ich ja deswegen wollte ich ja eigentlich die die den bauten der bauten wollte ich das baumhaus eigentlich auch drinnen gebaut haben weil da hätten wir auch schön aber dann machen wir uns noch so einen kleinen aussichtsturm was hättest denn da mal äh ja hier vorne steht was gegen oder 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 was hast du denn jetzt gemacht mich hat der Name gegriffen sorry warum reißen du so der hat mich voll erschreckt der Wichser hallo sorry äh liebe Kinder das ist krach aber Kinder ihr solltet sowieso ah dann ist der ja schon wieder das muss ich doch mal eben nicht hier ihr solltet das sowieso nicht gucken ach ich hab doch noch mal ne Feuerachse den hab ich gar nicht gesehen warte ich geh direkt mal reparieren mhm ich weiß aber was so ist oh älte schwachen Maten oh ich glaub der hört auf oder ne noch nicht der brennt weiter tut mir leid dass ich euch so älte schwache ins Ohr schrei aber ich hab mich so erschrocken echt der war hinter der Tür und ähm das weiß ich nicht mehr wo ich meine Loks gefunden hab zum Dreck Alter ich hab mich nur wirklich beschrieben ah doch da da war noch ein Loch also Schreckmomente gibt es immer noch gut die blut doch heute nicht ins Ohr schweig gehen es soll das war nicht so erschrocken weil ich sowas kommt jetzt noch nicht zu und hat das echt erst nicht ganz normalisiert und nicht der Weihnachtsmann Ok, meine Feuerarzt ist aus, ich geh mal eben rein und mach nochmal neu Clothing drum. Es ist nicht mein Magen. Sorry fürs Schreiben, das wollte ich wirklich nicht. Hoffentlich noch mal nie, liebe Zuschauer, ein großes Sorry. Aber es ist cool, es ist geil hier oben, aber es ist genial, sich noch zu erschrecken. Ja, aber eine Plattform wäre besser von hier innen als das Baumhaus, weil man sieht doch zu wenig. Ich muss mal eben I drücken und jetzt kommt bestimmt wieder jemand an. Wo bist denn du? Achso, da drin. Ja, da drin sehe ich jetzt nicht. Da vorne anläuft wieder einer. Ja, das ist doch geil. Also so. Ja, aber man sieht es halt wirklich nicht immer und es ist natürlich ein bisschen. Ja gut, kommt das nächste, da kommt noch eine Plattform. Es gibt auch noch eine Plattform, das ist das nächste, was wir haben. Wir wollen ja heute auch nicht ganz überziehen. Ich muss morgen leider auch früh raus. Wie jetzt? Weil sonst mein Sohn und Mann mich hier voll veralbert. Achtet man es noch? Na ja, ich weiß, die Mama hat sie nicht mal. Nein, Spaß beiseite, aber wir müssen morgen früh raus und ich habe morgen noch ein bisschen was vor. Ein bisschen viel. Das Telefon glüht morgen. Blüht oder blüht? Ich glüht. Achso. 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 Bist du? Achso. Hallo? Achso. Ich schlag nur noch. Oh. Oh. Oh, wo ist sie? Oh. Wo ist denn durch? Doof, Mann. Was? Doof, Mann. Was? Hast du schon gehört? Mein Kürz ist jetzt 180. Warum? Ich wollte mal gucken, ob unsere Fallen da irgendwo. Ja, leider, wo so viele drauf waren, hing da was. Was denn? Wo da so viele drauf waren, hing da was. Aber leider ist das immer so. Nee, aber... Es ist halt ein bisschen blöd, weil das Gebiet hier so groß ist. Ja, ich guck mal an unserem anderen Fallen. Ist das halt... Ja, aber von hier hinten kommen keiner mehr, ne? Nee, die kommen alle von vorne. Oh, blödes Bundy, erschreckend nicht. Ich mag ja Bundys, aber... Das ist ein paar Worteil, ich wollte schon sagen. Wenn wir da Ureinwohner gut gemacht haben... So, glaubt es... Ich schreibe da ins Mikro. Alter, Alter. So erschreckt er schon ewig nur noch. Alter, okay. Wir brauchen noch Baumstimme. Ja, aber ich muss mal eben was fördern gehen, wenn ich mal wieder hier hochkomme, was leider nicht immer möglich ist. Alter, ich hab auch fast keine Energie mehr, das ist, glaub ich, das Problem. Ja, geil, ich kann in einem Baum endlich fällen dir hier. Ein Ächschen. Ich hab das grad lieb gehabt. Mit der Axt. Ich hab das gestreichelt. Mit der Axt hast du gestreichelt? Ja. Mit der Axt. Ich glaub dir keiner. Hallo, ich... Den hab ich mir ganz lieb gehabt. Ich glaub, ich muss mal Wasser zum Kochen aufsetzen. Weil, ähm... Ähm, ja, ich muss mal eben direkt in I. Ich hab noch ein Fresh Blizzard. Äh, äh, ist so kein E. Äh, R, L, C. Alter, Alter, wie ist das C? Wie wird das C geklopft? Wieso, ich hab das schon wieder eingeloggt. Also... Wie ist das im Moment so quasi... Also ich mach mal was. Ich hör hier Frischer und ich sieh keinen. Es ist... Ja, es ist... Manchmal sehr... ...quirky. Ja, ne? Ich kann den Lurch nicht auf den... Alter. Danke. Ähm, ähm... Was bräst du denn noch? Ich brauch ja eh was zu trinken. Ich komm jetzt mal runter mit dem Lurch in der Hand. Mit dem Fresh Lurch. Ich hab den weggeschmissen. Aus Versehen. Sonst lügt ein Lurch innen bei uns. Es ist ein Lurch gefallen. Ich hab da nur gestreichen, so gerade eben. Soll ich hier auch noch mal ein bisschen frisches Wasser... ...aussetzen? Habe ich gewalt in der Hand, guck doch mal. Äh, ich komm jetzt doch nicht wahr. Ne, ey, jetzt hast du keine Lüchen in der Hand. Dann hab ich schon bestimmt Ohren verloren. Ja, ich verliere Lüche. Nein, es ist, ähm, sehr angenehm. So, jetzt brauchen wir das Comedy-Regal da oben noch. Fertig? Ja, und, äh, dann war's heute. Das war gut. Ich glaub, wir haben dann genug erstmal gebaut. Für die Folge. Wie jetzt? Oh. Was? Ey, wir sind schon eigentlich ziemlich lange dran. Ähm, ich denke mal, wir werden aber trotzdem den Jusern nicht vorenthalten, was für ein Gemetzel das hier war. Auch wenn es ein bisschen doof war. Also ich finde, ähm... Welches Gemetzel meint sie jetzt? Ja, ich mein das halt nicht. Also die... Der Server offen war, oder was? Ich hör was. Das hört sich an die Tür knarren. Ich warte! Ich habe irgendwas gehört. Irgendwas ekelndes. Also, ähm... Also ich meine, die Folge werden wir auch hochladen, wo wir hier neu laden mussten. Wo wir alles in der Luft gesprengt hatten. Was? Nee, die Folge hab ich schon gelöscht. Ach, schade. Wär doch lustig gewesen. Ist doch schon gelöscht. Ja, ich hab die Tür war, äh, gerade ein bisschen. Bitte, danke. Sieht ihr, dass hier jemanden mit der schweren Baumstämme am Ächzen ist und sie macht keinen Platz hier. Also das ist immer... Lurch ist da unten, ne? Wo macht, wo? Vor mir. Brücke runter. Jetzt weiß ich, warum die Medis immer leer sind. Alter, renn mich weg, du blöder Lurch. Mal ihn ganz kurz setzen, weil ich bin schon wieder außer Atem. In dem Lurch? Okay. Nein, ist schade eigentlich. Eigentlich hätte man das trotzdem zeigen können, auch wenn es halt ein bisschen... ...blöd war. Oh, ja, einer, 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 einer. Wo? Volle Tür. Oh, so. Erschreck mich nicht. Ich hab' gedacht, der ist schon wieder rein. Nein. Ach, wo rennt denn der jetzt hin? Hallo. So, kann ich jetzt ein Flasch durch hier aufnehmen? Ich seh' kein Ziel, verdammte Bölle, oder? Egal, wie ich mich steh', egal, wie ich hier steh'. Also irgendwie hab' ich... Also, immer andere Bugs. Ja, dann schmeiß' ich den noch vor, ja. Ach, erstmal muss ich anmachen. Leichenpflaster meinen Weg. Und ein Kannibal. Kannibal-Leichenpflaster meinen Weg. Ist mir jetzt der Lurch? Wo ist der Lurch? Wo? Oh, jetzt, 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 jetzt. Ich muss eben mit meinem Sperr, hier landen gerade an unserer Fahne Vögel, weil ich brauch' unbedingt... ...was zu essen. Nee. Die Vögel sind echt zu essen. So, wir haben wieder was für Medis. Jetzt landen natürlich gar nicht viel wieder, ne? Ja, es kommt erst doch nicht sein, ja. So. Alter, voll nicht. Ich glaub' ich hab' keine Medis mehr. Doch, freu' ich nicht. Ich hab' mir jetzt hier keine... Aber... ...ich glaub' das Medi-Regal ist schon wieder voll. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da passen nur 5 Pfinden, ist das, das ist ein bisschen... Ja, ich beende jetzt erstmal die Folge, weil wir sind ein bisschen drüber und ich würd' sagen, danach gehen wir mal eben einmal da ans Dörfchen, da oben direkt am Wasserfall, weil ich brauch' noch ein paar Milis. Das soll ich mal da machen, glaub' ich, oder? Also, von mir aus, ich bin hier grad' Fehlern an. Echt? Ja. Sind wir die wieder welche? Ja, ich brauch' unbedingt Fehlern, das ist es ja. Ja, gut, äh, liebe Jutroib, äh, Jutroib, Jutroib-Freunde, 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 das war's für heute von unserer Seite aus, äh, von mir und von der Faye. Wir haben eigentlich es geschafft, wir haben unser Baumhaus gebaut und wir haben nochmal ein Medi-Regal gebaut, ja, ich find', das ist, äh, in der nächsten Folge gehen wir nochmal eben da oben einmal an den Dörfchen, ich muss unbedingt um ein bisschen Medis, Medis kann man echt, äh, ja, nicht zu wenig haben, finde ich, und dann, äh, werden wir nochmal schauen, ja, ihr könnt ja noch ein bisschen, äh, in den Kommentaren schreiben, was wir denn so, ja, so sehen wollt, oder welche Wünsche ihr habt, wir würden auch nochmal durch Höhen gehen, ja, und es hat uns so viel Spaß gemacht, hätte ich nicht gedacht, obwohl da sich viel, äh, ja, auf jeden Fall, ja, Fehlchen, tschüss, bye, bye, tschüss.